Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal was ganz untypisches zeigen. Ich habe nämlich ein Kreuzworträtsel für Profis mir geholt vom Arena Verlag. Das hat 112 Seiten, kostet nur 6,99 und wird ab 11 bis 13 Jahren empfohlen. Gleich ab der ersten Seite geht es los mit den vielen unterschiedlichen Rätseln. Man bekommt hier ein unglaublich buntes Spektrum an spannenden Möglichkeiten zum Rätseln, wie Bilderrätsel oder Wortsalate, wie die das hier nennen, hier zum Beispiel. Oder auch Kombinationsrätsel, Bilderkreuzworträtsel und hier haben wir mal eins gemacht, was mein Sohn mit mir ein bisschen zusammen, um die Schwierigkeitsstufe ein bisschen besser einschätzen zu können, die meiner Meinung nach so ab 12 Jahren zu empfehlen wäre. Aber ja, muss man natürlich individuell immer schauen. Auch Sudokus, Suchbilder oder Rechenprobleme findet man hier und kann so eine ganze Weile mit interessanten Rätseln verbringen. Und ganz zum Schluss findet man natürlich auch die Lösungen. Ich finde das Buch klasse, um sich ein wenig Zeit zu vertreiben und dabei auch noch sein Wissen zu testen, beziehungsweise auch zu knobeln. Besonders auf Reisen sind solche Bücher wirklich einfach großartig. Schreibt mir gerne, was ihr so auf Reisen für eure Kinder mitnehmt. Würde mich auch sehr gerne interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, was euch selbst interessiert und falls alles passt, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!